Markus Erning für RERI PVTV. Sie sehen es hier im Hintergrund. Wir befinden uns auf der Baustelle in Binde. Wir haben Sonntag. Die Jungs sind hier fleißig bei der Arbeit. Wir sehen, wie hier die Module quasi im Akkord gelegt werden. Hier sind auf den Dächern immer zwischen fünf und zehn Mann unterwegs. Wir haben hier einen optimalen Warenfluss. Das wird mir von allen Seiten bestätigt, sodass hier also die Arbeiten kontinuierlich und zügig voreinander gehen können, sodass wir also guter Dinge sind, das Projekt bis zum 9. März abzuschließen. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018